Glück auf Scheiß aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Ja, heute mit meiner Lieblingsklasse wieder auf der Map Maydown unterwegs gewesen, 22.2 LVKD, ich find's einfach nur geil. Wie gesagt, das Gameplay wäre aber ohne GXG, Ice, Noobie, Rux HD, Vitox, Freak Snipes und ein Nexo nicht möglich gewesen, deshalb große Dank an euch, war ein richtig geiler Abend, müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen. Und ich möchte mich eigentlich in dem Video mal an alle Abonnenten bedanken, wie gesagt, das ist einfach nur krass, wie ihr mich unterstützt und wie viele Abos ich schon bekommen hab. Ich find das einfach nur total geil und bin immer noch geflasht. Auch, dass ihr so viel Kommentar und Bewertungen da lasst, find ich richtig cool, weil es ist mir extrem wichtig, dann seh ich, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt oder was ihr vielleicht mal sehen wollt. Und ich denke, das sollte auch Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, es soll euch ja auch Spaß machen, meine Videos zu schauen. Von daher haut immer weiter rein in die Tasten, das ist auf jeden Fall richtig cool. Und es geht natürlich auch noch Dank an einige andere Personen raus, zum Beispiel der größte Dank geht an meine Freundin. Die hat mir eigentlich das Ganze hier ermöglicht, sie hat mir nämlich das Aufnahmegerät, die HDPVR 2 geschenkt. Und auch so, dass sie mich bei allen unterstützt, egal ob das jetzt zum Überlegen von irgendeinem Thema oder sonst irgendwas ist. Ich find's einfach nur geil, eine Freundin zu haben, die mich da so krass unterstützt und da Verständnis dafür hat. Weil oftmals ist es ja so, dass die meisten kein Verständnis dafür haben, dass man halt den einen oder anderen Abend am PC verbringt und mit Leuten zockt oder sonst irgendwas. Von daher echt danke, Schatz. Ein weiterer Dank geht natürlich auch an Capers Arts aka Enix. Werde euch unten nochmal verlinken. Wie gesagt, da hat man den geilen Banner gemacht und wir arbeiten auch jetzt eng zusammen an einem neuen Projekt, an der neuen Montage. Und ich kann's euch sagen, Leute, da hat's echt total drauf. Und ich denke, die neue Montage wird richtig geil. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ihr könnt auch gerne mal bei ihm vorbeischauen, würde ich mich auch freuen. Ansonsten geht ein großer Dank natürlich auch an Chris Puskrillex, der kleine Österreicher. Ohne ihn wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, dass ich hier auf YouTube bin, weil er hat mir eigentlich den Floh ins Ohr gesetzt, das Ganze hier zu machen. Deshalb danke, Chris. Ansonsten gehören da noch viele andere dazu, zum Beispiel TK mit seiner Facebook-Gruppe. Billy, unser Leader, der mich auch überall unterstützt. Lockdown, René, der auch immer ein offenes Ohr für mich hat. Und ansonsten natürlich auch an den gesamten Ursa-Clan. Wie gesagt, ich zähle jetzt nicht jeden Einzelnen auf. Die Leute wissen, wer dazugehört hat. Und die haben mich halt wirklich an der Anfangszeit ziemlich krass unterstützt. Und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, die Live-Kommentaries und so. Vielen Dank, Leute. Ansonsten gibt's halt noch viele andere Leute, bei denen ich mich eigentlich bedanken müsste. Aber das wird da halt einfach den Rahmen sprengen. Ich denke, die Leute wissen das auch. Deshalb vielen Dank an alle anderen Leute, die mir noch geholfen haben. Und ja, ich möchte gerne nochmal was zum Abo-Special sagen. Und zwar, ich wollte ja das 100-Abo-Special machen. Bin aber nicht dazugekommen, weil meine Eltern zu Besuch waren. Und die wohnen halt 600 Kilometer entfernt von mir. Und die haben mich halt, wie gesagt, besucht. Und ich wollte halt gerne ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Und als ich dann wieder richtig auf meinen Channel geschaut habe, war ich halt schon ein ganzes Stück drüber über die 100 Abonnenten. Und da habe ich mir überlegt, als Entschädigung das Ganze ein bisschen anders diesmal zu gestalten. Und zwar werde ich ein Abo-Special bei 150 oder 200 bringen, je nachdem, wie schnell die Abonnenten kommen und ich das Video fertig habe. Und das Ganze soll so aussehen, dass ihr freie Wahl habt, wie das Abo-Special auszusehen hat. Also ihr könnt mir einfach schreiben, auf was ihr Bock habt. Ob ich zum Beispiel einen Gaming-Room-Tour machen soll oder eine Montage oder irgendwas aus meinem Real-Life. Oder ob ich vielleicht sogar mal einen Kommentar mit meiner Freundin zusammen machen soll. Dann schreibt natürlich auch das Thema dazu. Also wie gesagt, ich lasse euch da alle Freiheiten. Schreibt einfach mal rein an am besten das Thema halt dazu, was ihr gerne mal wissen wollt. Und ich denke, das ist für euch cool. Für mich auch mal cool zu sehen, was euch noch so interessiert. Und ich denke, das dürfte dann richtig cool werden. Und ich würde sagen, das war es denn auch eigentlich schon. Haut halt fleißig in die Tasten, dass ich halt ruhig ein schönes Thema dann auch finde. Ansonsten Leute, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Eymes.